Vorab, ich bin ein synthetisches Video, basierend auf künstlicher Intelligenz der führenden Digital Marketing Plattform OMKB. Ich arbeite noch im Lernmodus. Er ist ein Mann klarer Worte und mit klaren Ideen. Als Managing Director Northern and Central Europe bei VWOC, das als führender Anbieter flexibler Spaces und Offices, sogenannten Coworking Spaces, bekannt wurde, verantwortet er seit 2020 die regionale Umsetzung der neuen globalen Strategie der Plattform. Nikolai Kolev weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz auf, sowohl in der Umsetzung zukunftsgerichteter Strategien, als auch in den Bereichen digitale Transformation und Ventures. Das Geschäftsmodell von VWOC besteht vor allem aus der Vermietung physischer Büros. Doch die Corona-Pandemie zwingt viele Menschen inzwischen ins Homeoffice. Arbeitsstrukturen ändern sich. Wie geht VWOC mit dieser schlagartigen Veränderung um?